Hallo meine lieben Aktienfreunde, wir erfreuen uns hierzulande vielleicht nicht einer blühenden Aktionärskultur, aber wir haben eine blühende Finanzcommunity. Teil dieser blühenden Finanzcommunity ist der Lars, Lars Harrison. Hier ist er und lächelt euch an. Und er hat was über die günstigsten Aktien oder die günstigste Aktienmarkt der Welt erzählt im letzten Video und das finde ich so interessant, dass ich das mir jetzt angeschaut habe. Ich habe auch was dabei gelernt und möchte euch das weitergeben. Seht das Ganze als Ergänzung zum Lars. Falls ihr sein Video geschaut habt, falls ihr es noch nicht geschaut habt, könnt ihr es euch gerne angucken. Ich habe es hier bei euch, für euch unter dem Kommentar. Und wenn ich es nicht vergesse, auch im Video selbst verlinkt. Wäre vielleicht sogar ganz gut, dass ihr euch erst das Video vom Lars anschaut und dann nach. Wenn ihr immer noch Lust auf russische Aktien habt, Spoiler Alert, es geht nämlich um russische Aktien, dann schaut euch mein Video wieder an und kommt zu mir zurück. Mein Name, nicht Lars, sondern Thorsten, aber bei uns beiden geht es auch um Aktien und bei mir eher ums langfristig investieren und beim Lars mal so, mal so. Also Show up. Heute werden wir gemeinsam auf den günstigsten Aktienmarkt der Welt schauen. Genau und das ist der russische Aktienmarkt und da hat uns der Lars drei Aktien ausgewählt. Und wir lassen Lars noch ein bisschen weiter sprechen. Ich habe einfach die interessanten Stellen mir rausgesucht, wo ich noch ein bisschen näher graben wollte, weil ich einfach die einzelnen Aussagen so interessant fand. Denn was ich finde, was wichtig ist und was wir in jeder Beziehung lernen sollten, ist halt an den interessanten Stellen noch mal nachzufragen, noch mal ein bisschen nachzugraben, ein bisschen selbstständig zu denken. Teilweise kommt man zu den gleichen Ergebnissen. Vielleicht kommt man an der einen oder anderen Stelle zu einem anderen Ergebnis, aber worauf es eigentlich ankommt, ist, dass man, nachdem man gegraben hat und sich die Hände ein bisschen schmutzig gemacht hat, schlauer ist als zuvor und hat dann jeder was geleistet. Da hat der jenige was geleistet, der den ersten Input gegeben hat, den Denkanstoß und vor allem ihr habt dann auch was geleistet, wenn ihr selbst ein bisschen weiter gegraben habt. Und diese Anregung soll euch ein bisschen dieses Video geben. Lassen wir wieder Lars zu Worte kommen, anschauen und ich werde euch ein paar Möglichkeiten mit auf den Weg geben, wie man von dieser potenziellen Aufholjagd des russischen Aktienmarktes profitieren kann. Darum ging es mir eigentlich, die potenzielle Aufholjagd des russischen Aktienmarkts. Ich muss sagen, ich habe mich mit dem russischen Aktienmarkt bisher nicht so viel beschäftigt. An der Stelle hat mich dann interessiert, wie der russische Aktienmarkt allgemein abgeschnitten hat in der Vergangenheit. Denn wenn man das Wort Aufholjagd hört, dann meint man ja, da ist noch Nachholbedarf da. Das impliziert, dass der Aktienmarkt nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit, dass er deshalb günstig bewertet sei. Das würde ja dann auch sagen, oder mit dem Titel korrespondieren, der günstigste Aktienmarkt der Welt. Muss ich mich erst mal schlau machen, wie der russische Light Index heißt. Das wäre dann hier der MOEX Russia Index. Da sind 50 Aktien drinnen, die größten 50 russischen Unternehmen. Und das ist ein Index gewichtet nach der Marktkapitalisierung. Und hier haben wir die Kursentwicklung seit dem Jahr 97. Da hat das Ganze angefangen. Und wir haben hier einen Anstieg von 52 auf 3.500 Punkte, Pi mal Daumen. Das ist also eine deutlich größere Nummer hier, als es da unten war. Da habe ich schon gesagt, oder mir gedacht, okay, das scheint keine Lusche zu sein. Lassen wir das Ganze mal gegen den DAX und den S&P 500 antreten, um da eine gewisse Beziehung zueinander abzuleiten. Und hier ist das Ergebnis. Hier haben wir wieder diesen MOEX, diesen Index. Und das ist die blau schraffierte Fläche. Und hier haben wir den DAX und den S&P 500. Und die bewegen sich kaum vom Fleck seit dem Jahr Ende 1999. Während hier die MOEX da um 3.000 Prozent zugelegt hat, haben das DAX und S&P 500. Die haben irgendwo um Pi mal Daumen, sage ich mal, 200 Prozent gemacht. Könnte ich euch auch noch genau sagen, wahrscheinlich. Nein, kann ich euch nicht. Beziehungsweise müsste ich hier den einen ausblenden, damit ich den anderen sehen kann. Machen wir es mal kurz. Hier der S&P 500. 197 Prozent. Und der DAX nur ein bisschen besser. Man mag es glauben oder auch nicht, aber das ist das, was uns Tradingview.com hier gerade anzeigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist ganz schön gut gelaufen. Wenn Lars da noch Aufholpotenzial zählt, ja, umso besser. Unser Schaden soll es nicht sein, falls wir in die russischen Aktien investieren. Dann kommt Lars noch ein bisschen. Geht es um Politik, Moral und Arbeitsbedingungen in Dritte-Weltländern. Sicherlich ein wichtiges Thema, aber für mich jetzt an der Stelle eher ein Randthema. Deshalb übergehe ich das mal ganz kurz. Und zoome vor auf Minute 5, 55. Und ich hoffe, ich treffe es jetzt gleich richtig. Und um was geht es da? Dann bitte morgen früh mal reinhören ab 6 Uhr. Ah, ja, stimmt. Um einen Podcast von ihm. Und da gibt es dann noch günstigere Aktienmärkte. Im Podcast habe ich mir noch nicht angehört. Während wir hier dann also den günstigsten Aktienmarkt der Welt haben. Auf YouTube gibt es auf Podcast noch günstigere Aktienmärkte. Gehen wir mal ein bisschen weiter auf 6,30. Auch da sagt Lars wieder was ganz Interessantes, was nicht nur für Investoren interessant ist, die in Russen investieren wollen, sondern allgemein für Investoren, die in ausländische Aktien investieren. Aufwärts gerichtet. In den letzten zehn Jahren hat sich der Euro zum russischen Rubel in der Spitze fast verdreifacht. Und das beeinflusst natürlich jeden, der russische Aktien hält. Und zwar ganz massiv. Ja, also er spricht hier das Wechselkursrisiko an. Der Lars spricht insbesondere auch darauf ein, dass der russische Rubel gegenüber dem Euro stark an Wert verloren hat. Und sagt dann auch, dass dies mit den Rohstoffpreisen zusammenhängt, Öl und Gas insbesondere. Ich glaube, er sagt das schon recht bald hier in Minute sieben. Der russische Rubel ist ganz klar eine Rohstoffwährung. Je höher die Rohstoffpreise, insbesondere Öl und Gas, desto besser für den Rubel. Und umgekehrt. So, und das wollte ich mir auch mal kurz anschauen. Das ist ja auch eine interessante Aussage. Und hier seht ihr wieder TradingView.com, wie der Euro gegenüber dem russischen Rubel an Wert gewonnen hat. Die Fläche geht nach oben. Und das hier ist der Preis für ein Barrel Öl. Ein Brand Öl. Eine Tonne Brand Öl. Ein Barrel Brand Öl. An der Börse Moskau jedenfalls. Und was wir hier sehen ist, das korreliert miteinander. Und zwar mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, wenn der Ölpreis sinkt, dann verliert auch der Rubel an Wert bzw. dann steigt der Euro. Und ich denke, da kann man einen Strich drunter machen bzw. einen Haken dran machen an die Aussage. Also ich kann da schon eine gewisse Korrelation erkennen. Also an der Stelle vielen Dank, Lars, für die erklärenden Worte. Dann geht es weiter. Dann kommt jetzt noch was von mir bezüglich des Wechselkursrisikos. Ganz einseitig ist es nicht. Also Lars macht dann richtige Rechnungen auf und zeigt euch einfach, dass wenn eine Aktie, die in russischen Rubel notiert und der russische Rubel halt die Hälfte beispielsweise an Wert verliert, die Aktie in Euro umgerechnet hat, noch halb so viel wert ist. Soweit gut und ist auch vollkommen richtig. Wir haben aber noch einen anderen Effekt, nämlich wenn die Rechnungen eines russischen Unternehmens beispielsweise in Euro oder US-Dollar gestellt werden und nicht immer in der Heimatwährung und das ist gang und gäbe in der Praxis, dann verdient dieses russische Unternehmen auch deutlich mehr in russischen Rubeln, sodass dann der Aktienkurs nach oben geht in russischen Rubeln und das dann etwas teilkompensiert wird. Das ist einfach noch eine Anmerkung von mir an der Stelle. Und dann kommen wir auch schon zu den einzelnen Aktien. Minute 10, 13. Ich spule wieder hier etwas nach vorne und es handelt sich hier um Gazprom. Ich lasse mal kurz den Lars reden. Eines der entscheidenden Kriterien, wenn wir über russische Aktien sprechen, welches? Dividende. Ja genau, die Dividende. Also hier geht es um drei russische Aktien, die sehr hohe Dividenden ausschütten. Im Fokus also, das ging hier aus dem Titel nicht ganz so vor, mit der günstigste Aktienmarkt der Welt, Investoren, die hohe Dividenden lieben und davon gibt es ja reichlich. Und Lars ist dann hier auf finanzen.net und guckt sich das Ganze an. Als ich das gesehen hatte, dass sich hier die Währung ändert, da musste ich gleich mal nachrechnen, ob das überhaupt stimmt, was da angezeigt wird. Hätte ja sein können, dass die ADR genommen wird da oben. Aber ich kann euch versichern, es stimmt, was hier angezeigt wird. Jetzt ist so eine allgemeine Frage, die ich an der Stelle stellen möchte. Wenn wir uns auf die Dividenden fixieren, fehlt da nicht irgendwas? Ich finde schon. Zu einer kompletten Fundamentalanalyse gehört ja auch die Gewinnentwicklung dazu. Erstens, weil die Dividenden ja nur dann ausgeschüttet werden können, auch in der Zukunft, wenn die Gewinne stimmen. Und zweitens, weil eine Aktie eigentlich nur dann mehr wert wird, also sprichwort Kursgewinne, wenn die Gewinne, die Unternehmensgewinne auch steigen und eure Rendite besteht halt immer aus Dividenden plus Kursgewinnen. Deshalb der reine Fokus nur auf Dividenden ein bisschen einseitig. Jetzt gehen wir mal in den Aktienfinder rein, gucken wir uns das Ganze an. Ich habe hier schon mal eine Watchlist fertig gemacht für euch. Und da haben wir irgendwo Gazprom. Da ist sie auch schon. Und wir können uns erstmal die ganze Geschichte hier anschauen. Da sehen wir, dass wir hier dann doch einen zyklischen Wert vor uns haben. Das sagt auch Lars, wir haben einen Rohstoffwert vor uns. Sie sind eigentlich immer zyklisch. Das heißt, die Gewinne gehen mal hoch, mal runter. Erfreulich. Die Dividenden wurden nie komplett gestrichen. Haben wir das mit den Dividenden, die nie komplett gestrichen worden sind, auch hier? Jawohl, hier ist es durchgehend. Da kommen wir bei anderen Aktien nochmal drauf zu sprechen. Interessant an der Stelle, wenn wir bei den Dividenden bleiben. Die sollen ja stark, also richtig dynamisch steigen. Das hat damit zu tun, dass Gazprom, das Management von Gazprom eine andere Dividendenpolitik ins Leben gerufen hat. Das könnt ihr hier sehen in der Präsentation von Gazprom selbst. Sie erhöhen nämlich die Ausschüttungsquote Stück für Stück auf bis zu 50 Prozent oder sogar noch mehr. Mit einem Deckel drauf, der vom Schuldenverhältnis abhängt, aber so viel nur am Rande erwähnt. Und diese dynamische Dividendensteigerung, die kommt eben durch die höhere Ausschüttungsquote zustande. Das heißt, das extra, das außergewöhnliche Wachstum der Dividende, das kann nicht ewig weitergehen, das wird nur einige Jahre persistieren. Solange sie die Ausschüttungsquote erhöhen, dann kommt da, dann ist da quasi das wieder mehr oder weniger eingefroren, beziehungsweise dann hängt die zukünftige Dividendenentwicklung ausschließlich von der Gewinnentwicklung ab, von denen, weil wir hier die Ausschüttungsquote 50 Prozent vom Gewinn haben. Gucken wir uns mal kurz im Aktienfinder an. Hier haben wir das Payout-Ratio und hier siehst du dann auch ungefähr, was wir hier beim Payout auf um die 50 kommen. Hier sind wir dann leicht drüber, also das passt soweit. Und dann haben wir hier ein 20,70, 25 Rubel und 31 russische Rubel. Das ist das dynamische Dividendenwachstum, was die Aktie auch hier aus Sicht von dem LAS attraktiv macht, zumindest für diejenigen, die hohe Dividenden lieben. Gucken wir mal das nochmal im Aktienfinder etwas näher an. Das ist der Dividendenturbo und hier so sieht dynamisches Dividendenwachstum aus. Wir kämen dann auf hier eine eigene Berechnung, eine Dividendenrendite in 2024 von über 14 Prozent. Das ist natürlich schon ordentlich. Was wir hier auch noch sehen wollen oder was ich euch noch zeigen möchte, ist, und das hat auch der LAS, glaube ich, gesagt, dass eure Rendite bei diesen Aktien wesentlich von der Dividende abhängt. Es gibt Aktien, da ist es komplett anders gelagert, wie beispielsweise Tencent oder Nvidia. Und wir haben hier ein Up, ein Auf, Ab und wieder Auf. Aber wenn ich jetzt einfach mal hier ganz mutig die Schnur ganz lang ziehe, das simuliert ein Aktienkauf, dann sehen wir hier die Renditen aufs Jahr 5 Prozent angefangen irgendwo in 2010 bis heute aufs Jahr. Eine jährliche Rendite ist nicht so außergewöhnlich hoch, aber wir sehen hier, und das möchte ich zeigen, dass die Dividende den größten Teil ausmacht dieser Rendite. Natürlich, wenn ihr hier unten gekauft hättet und dann da oben verkauft, wer schafft das schon? Oder umgekehrt, oben gekauft, unten verkauft, das schaffen schon mehr von uns. Dann hättet ihr natürlich eine ganz andere Rendite, entweder positiv oder negativ und da wäre dann die Dividende unter ferner liefen. Aber wir können ja jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass die Aktie um 50 Prozent fällt oder steigt innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Insofern Strich drunter, auch hier hat er recht, ich gehe davon aus, das ist auch bei allen drei Werten so, muss man noch im Detail dann anschauen, oder auch bei anderen Zweien, dass die Dividende den größten Teil oder im wesentlichen Teil der Rendite ausmacht. Wir können versuchen, die Aktie noch zu bewerten, was nicht ganz einfach ist. Was mag ich damit, mit zu bewerten? Viele Leute, die gucken hier nur auf die Dividendenrendite und wenn die Dividendenrendite außergewöhnlich hoch ist, dann ist die Aktie ein Kauf. Das ist etwas unvollständig, diese Sichtweise. Warum? Weil ein Unternehmen nicht automatisch dann mehr wert wird, wenn das Management sagt, hey, wir erhöhen jetzt einfach mal die Ausschüttungsquote und dann ist das Unternehmen jetzt nicht plötzlich mehr wert, nur weil mehr Geld von Unternehmen wegfließt, auch wenn es in unsere Hände fließt. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an aus der Bewertungsbrille und ich sagte schon eingangs, das ist nicht ganz einfach. Warum nicht ganz einfach? Weil es hier ganz schön auf und ab geht. Vielleicht der operative Cashflow auch am besten geeignet für die Bewertung. Ich tue den mal einblenden. Da ist er und wir können hier den Bewertungszeitraum auch noch etwas erweitern. Und dann sehen wir hier erstmal, was für günstige Multiples wir haben. Das ist auch typisch für den russischen Aktienmarkt. Wir haben ein Kurs-Cashflow-Verhältnis, operativer Cashflow von 2,6 und auf den bereinigten Gewinn bezogen von unter 4 und auf den bilanzierten Gewinn von nur 5. Also das sind natürlich schon Multiples, die eine relativ niedrige Bewertung versprechen, die wir sonst auch nur so in den Märkten haben, wie beispielsweise China oder China. Sprecht das aus, wie ihr wollt. Und wir haben hier relativ große Abweichungen vom fairen Wert, extrem große Abweichungen vom fairen Wert zum tatsächlichen Kursverlauf. Das zeigt schon, dass es nicht ganz so einfach ist. Hier beispielsweise hatten wir Kurs-Cashflow-Verhältnisse von unter 2, also 1,8, 1,7 Jahre lang. Das heißt, der Cashflow, operative Cashflow, der ist gewachsen. Dem Aktienkurs hat es gar nicht gejuckt. Das war dem egal. Und insofern alles hier mit Vorbehalt zu genießen. Gucken wir mal, wie der faire Wert Dividende dann hier aussieht. Und der zeigt euch an, dass anhand der Dividende die Aktie lange Zeit fair bewertet war. Was darauf hinweisen könnte, dass bei dieser Aktie und das ist aber die Ausnahme, muss ich sagen aus meiner Erfahrung, dass bei dieser Aktie tatsächlich lange Zeit die Dividendenrendite der lange Zeit der ausschlaggebende Faktor gewesen ist für den Kursverlauf. Und wir könnten aber jetzt, müsste dann ja theoretisch der Kurs durch die Decke gehen, weil die Dividendenrendite ja stark steigt durch die generelle Dividendenpolitik. Aber wir sehen, dass das nicht der Fall ist, beziehungsweise am Anfang hatten wir die Dividendenerhöhung hier. Sehr interessant. Und dann ist auch der Aktienkurs, das zeigen wir euch mal ein bisschen näher. Also nochmal hier wieder weiter weg. Ihr seht, dass hier die Dividende erhöht wurde und da ging auch im Vorlauf schon der Aktienkurs von 160 auf 230 russische Rubel in die Höhe. Das unterstützt an dieser Stelle meine These, dass Gazprom anhand der Dividendenrendite bewertet worden ist vom Markt. Und weil das jetzt aber eine so extreme Erhöhung der Dividende ist, dann braucht jetzt der Markt einen anderen Bewertungsfaktor. Ich gehe davon aus, dass die Dividende verlässt und sich eventuell am operativen Cashflow orientiert. Und nachdem wäre die Aktie hier für die Zukunft fair bewertet, basierend auf dem operativen Cashflow 2022. Das sind alles sehr interessante Gedankenspielte, wie ich finde. Wollt ihr damit nur gesagt haben, im Wesentlichen verlasst euch nicht allein auf die Dividende, wenn ihr die Aktie bewertet und wenn ihr sie sowohl quantitativ bezüglich der Qualität als auch qualitativ bezüglich der Bewertung. So viel zu Gazprom. Dann kommen wir mal weiter zur nächsten Aktie und das wäre die. Ich spule mal vor und lasse es dem Lars sagen. Ich hoffe, ich finde die richtige Stelle. Wir wollen uns die Dividenden anschauen. Die sind praktisch überall ziemlich attraktiv. Es ist die Sparebank. Lars hat es wohl schon vorher verraten. Auch hier sehen wir Dividende ausgesetzt für dieses Jahr. Dividende ausgesetzt für dieses Jahr. Da muss ich doch gleich nochmal nachschauen, ob die Dividende tatsächlich ausgesetzt wird. Vorher gehen wir mal hier in die Aktienfinder, in die Sparebank rein. Hier ist sie. Ich hatte nämlich keinen Aussetzer bei der Dividende hier drin. Für mich sieht die Gewinnentwicklung, es ging nach unten, okay. Im Zuge von Corona. Aber es ging nicht so dramatisch nach unten, dass man die Dividende hätte komplett streichen müssen. Habe ein bisschen gegraben. Nicht sehr tief. Musste ich nicht machen. Und dann diesen Artikel hier gefunden. Da geht es um das Geschäftsjahr 2020. Artikel vor 13 Tagen zum 4. März veröffentlicht. Und da haben wir hier die Aussage von Alexandra Buriko aus Russland. Die Arbeit bei der Sparebank und die hat uns erzählt bzw. dem Reporter hier, dass Sparebank plant 18,70 Rubel weiterhin zu bezahlen fürs Geschäftsjahr 2020. Also wir haben ja keine Dividendenkürzungen. So wie ich das sehe, bleibt die Dividende stattdessen konstant. Das sind doch mal gute Nachrichten, wie ich meine. Und wie geht es weiter? Lars sagt etwas über die Sparebank noch, warum sie aus seiner Sicht interessant ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde. Ich werde jetzt einfach hier frei aus meiner Erinnerung Lars Worte sagen. Er sagt, dass das so eine Art Technologiefonds ist, die Sparebank. Und es stimmt auch tatsächlich. Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Die Sparebank, die hat Großes vor. Die will zum Beispiel die Nummer 1 in Russland im Onlinehandel werden. Also das, was Alibaba und Amazon machen und Wildeswehrbank auch tun. Die haben auch Anteile tatsächlich an anderen Technologiefirmen im Bereich Streaming, Online-Schulung und so weiter. Also die wollen weg von einer langweiligen Bank hin zu einem Technologiekonzern, muss man schon sagen. Große Pläne. Gucken wir uns mal an, was die Analysten glauben, ob die großen Pläne aufgehen. Das sind ja schön steigende Gewinne. Auch die Dividenden sollen weiter steigen. Gucken wir mal im Dividendenturbo, wie hoch die Dividendenrenditen sein werden. Lars findet die Aktie ja interessant, bezogen auf die Dividendenrendite. Und da kann ich ihm auch recht geben. 8%, 9% und dann hätten wir sogar schon 10, 11%. Wenn man nur weit genug in die Zukunft geht. Bis 2025 haben wir das hier. Man weiß natürlich nie, ob es tatsächlich so kommt. Schauen wir mal in die Bewertung rein. Und auch hier sehen wir mal den Gewinnverlauf. Und da sehen wir, dass die Sparebank eine ganz andere Hausnummer ist, wie beispielsweise Gazprom. Weil hier haben wir eine zwar auch mal so kleine Delle bei der Gewinnentwicklung, aber in Summe haben wir eine sehr schön gleichmäßige verlaufende Gewinnentwicklung, als es der Fall gewesen ist bei Gazprom. Und so eine Aktie, die kann man dann auch entsprechend einfacher bewerten. Hier können wir die beiden fairen Werte gerne einblenden. Und jetzt sieht man auch, dass der Kursverlauf eindeutig sich daran orientiert. Mal über, mal unter bewertet. Hier hat dann der Aktienmarkt die durch die Corona-Pandemie bedingten einmaligen Gewinnrückgänge nicht überbewertet. Ja, ist gerade mal selbstverständlich. Hier dann auch mal den Crash hier irgendwo Anfang 2013. Hier hat dann die Aktie sich aber wieder schön erholt. Und sie scheint momentan etwas hoch bewertet zu sein. Können wir das auch im Dividendenturbos sehen? Jawohl, da haben wir die Dividendenrendite auf einem lokalen Tief. Also diese 6,6% sind ein lokales Tief. Du hättest vorher 9%, fast 10%, 9,7%. Du kriegst nur einige Monate vorher. Aber jetzt ist halt der Aktienkurs so stark gestiegen. Gibt es halt weniger an Dividendenrendite. Und für die Zukunft sollen die Gewinnen weiter steigen. Und dann haben wir hier auch mal einen fairen Wert, der dann erreicht wird durch den aktuellen Aktienkurs. Muss allerdings warten dafür bis ins Jahr 2024. Dann machen wir hier mal zwei Pünktchen, mit welcher Rendite du rechnen darfst. Wären aufs Jahr trotzdem 8,7%. Kaum Kursgewinne. Das sind hier die 28, 29 russische Rubel auf 1000 Rubel Einsatz. Dafür aber fast 350 russische Rubel an Dividenden bis dato kassiert. Auch das unterstreicht die Aussage von Lars, dass wir hier mit Aktien zu tun haben, deren Renditen hauptsächlich durch die Dividende zustande kommt. Oder im Wesentlichen jedenfalls. Dann haben wir die Nummer 3. Und auch da lassen wir Lars wieder sprechen. Bei Minute 18, 30 habe ich mir hier notiert. 18, 28 sollte auch gut sein. Und dann haben wir noch Luke Oil. Luke Oil. Und was meint Lars zu Luke Oil? Und hier möchte ich einfach den Chart sprechen lassen. Auch bei Luke Oil sage ich dazu, dass ich privat investiert bin, schon etwas länger. Und insofern, auch das ist keine Kaufempfehlung. Wenn der Ölpreis deutlich fallen sollte, dann wäre... Also auch hier nochmal warnende Worte von Lars. Er ist in Luke Oil investiert. Und ich weiß ja, was er gesagt hat. Ich nehme mir die Freiheit, ihn so frei zu zitieren. Er meint, das ist die Aktie mit der besten Kursentwicklung. Das ist seine Aussage. Der beste Ölproduzent, den man kaufen kann. Musste ich natürlich auch gleich nachprüfen. Stimmt das denn? Und dann haben wir hier, das ist die Sparebank of Russia. Das ist kein Ölproduzent. Mea Culpa. Aber alle anderen, das sind integrierte Erdöl-Erdgas-Produzenten. Was heißt integriert? Die haben halt eine vertikale Wertschöpfung. Fangen an bei der Exploration. Fördern das Öl, verarbeiten das in Raffinerien, Verkaufensbett. Und vertreiben vielleicht eigene Tankstellen, solche Sachen. Das heißt, ein All-In-Shop quasi bei Erdöl und Gas. Und was wir da machen können, da schauen wir einfach mal, wie die Performance... so gelaufen ist. Wir haben keine 20 Jahre, wir haben 15 Jahre. Und das aber nicht für alle Aktienkurs-Historien. Aber für 10 Jahre haben wir sie. Und tatsächlich, hier ist Luke Oil. Ich selektiere die mal. Und die haben auf 10-Jahre-Sicht am besten performt von allen Konzernen, die wir hier haben. Also 12 wären es dann ohne die Bank. Insofern auch hier Haken dran, Lars, an der Aussage. Das war also ein lukratives Investment gewesen. Und ich denke, das kann man auch hier verfolgen anhand der Bewertung der Aktie. Und ich denke, man sieht auch, dass es zwar rohstoffkonzernmäßig hier ein Auf und Ab gibt bei der Aktie bezüglich der Gewinnentwicklung. Aber im Gegensatz zu Gazprom sieht das Ganze noch so halb weitwegs ordentlich aus. Ich habe mich mal kurz vorbereitet, was die Bewertung angeht. Und hätte hier, wäre hier runtergegangen auf ein KGV von um die 5. Und hier, Pi mal Daumen, auch. Warum? Weil wir hier so ein Mikro-KGV haben, das wir nicht als Ausreise eliminiert haben. Und das zieht diese ganzen Geschichten hier nach oben. Das habe ich allerdings in die falsche Zeile eingetragen. Macht nichts. Das ist das KCV. Und dann haben wir hier vielleicht, ja, machen wir ja auch 5. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. 1, 2, wir können auch den hier nehmen. 1, 3, das wäre die Bewertung basierend auf dem operativen Cashflow. Wir haben natürlich weiterhin die Grundproblematik, dass wir hier einen Zykliker haben. Und das muss man jetzt nochmal wegmachen. So sieht das Ganze aus. Nur so ist richtig und so ist richtig. Jawohl. Und ich denke, den kann man wegmachen. Dann machen wir das hier weg. Hier haben wir jetzt den eingebrochenen Gewinn bei Luke Oil. Das heißt, das kann man nicht für die Bewertung heranziehen. Aber dann die fairen Werte hier auf den Prognosen, das kann man verwenden. Und wenn man uns das anschaut, da scheint die Aktie momentan sportlich bewertet zu sein, weil die fairen Werte deutlich niedriger sind. Kann man auch relativ leicht nachvollziehen. Die Aktie hier nah am Allzeithoch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht es mit der Gewinnentwicklung hier noch nicht so aus. Erst hier ist die Gewinnentwicklung höher. Wäre dann also mit einem echten Gewinn zu rechnen, beziehungsweise einem fairen Wert zu rechnen, der höher liegt. Und beim bereinigten Gewinn sieht es sogar noch negativer aus. Der soll auch in der nahen Zukunft nicht wieder die alten Höhen erreichen, von dem Standpunkt aus die Aktie überbewertet. Und wenn wir uns das Ganze angucken, und dann nehme ich jetzt den bereinigten Gewinn, sozusagen die pessimistische Variante, dann hätten wir hier ein Verlustpotenzial relativ groß, beziehungsweise ein Korrekturpotenzial. Und das wird ja nicht mal durch die Dividende kompensiert werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Luke Oil, die Aktie ist sehr gut gelaufen. Nahe am Allzeithoch. Aber fundamental, jedenfalls wenn man die breiten Gewinn nimmt, dann kommt es noch nicht ganz ran. Insofern mit Vorsicht zu genießen, auf den Dividendenturbo bezogen, sehen wir hier große Ausschläge, weil die Dividenden mal erhöht und mal wieder gekürzt worden sind. Und die Dividendenzahlung an sich auch immer mal wieder etwas unregelmäßig erfolgte. Also man hat nicht immer im gleichen Monat, so wie es hier aussieht, des Jahres, oder der Folgejahre, dann die Dividende ausgeschüttet, sondern hat da immer so einen kleinen Versatz drin gehabt. Und dann kommen solche Bilder zustande. Gut, ich glaube, bei Finanzen.net, wenn man da in Luke Oil reinschaut, da möchte ich euch das Ganze mal kurz angucken, da sieht es dann so wieder aus, als ob die Dividende gestrichen worden wäre. Das ist mir noch aufgefallen. Wir gucken uns das Ganze mal hier an, ob das stimmt von meiner Erinnerung her. Und zwar, ja, hier sieht es wieder aus, so wie keine Dividende bezahlt worden ist. Und das würde ja auch nahe liegen tatsächlich, weil wir ja einen Gewinneinbruch hatten. Aber wenn ich das jetzt noch richtig sehe, bezahlt oder schüttet Luke Oil tatsächlich Dividende aus für das Jahr 2020. Insofern, aber das ist die Sperrbank, das bringt uns jetzt ja an der Stelle hier wenig, müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Ich gucke mal hier bei mir intern nach. Und da haben wir eine Dividende für das Jahr, wir haben sogar zwei Dividenden, die im Jahr 2020 gezahlt worden sind, die letzte im Dezember. Und das sieht mir nach einer Kürzung aus, aber es wurde was bezahlt. Da könnte man dann noch mal tiefer graben. Das wäre dann die Aufgabe für dich. Schau mal nach, ob Luke Oil die Dividende gekürzt hat oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Lars, vielen Dank für das Video. Es waren drei interessante Aktien, die du da vorgestellt hast. Ich hoffe, ich konnte auch noch was dazu beitragen und es hat euch was gebracht. Dann bis zum nächsten Video. Schreibt mal rein, ob euch das gefallen hat, wenn man da noch so ein bisschen ergänzend den einen oder anderen Kommentar abgebt. Und ich freue mich natürlich noch auf eure Ergänzungen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.